Musik Ich bin gerade echt zutiefst enttäuscht von mir selbst. Ich möchte mich erhängen. Mein Leben nicht weiterführen. Ich habe Diamantenbrisseln. Oh großer Minecraft-Notch. Ich, ja. Ich bin ja immer noch gespannt. Ich höre einen Schleim. Ich bin ja immer noch gespannt, muss ich sagen. Was man sich jetzt davon erwarten darf. Dass Notch die Führung von Mojang übernommen hat. Da habe ich mir immer noch kein so rechtes, ich sag mal, Bild gemacht. Was man davon halten soll. Mit zwei Stacks fackeln und der ganze Rest kann man wegfliegen hier. Weil... Nein, Nicole war ich. Weil schon... Ein Ereignis, das Microsoft jetzt... Minecraft besitzt. Das kann sich in alle Richtungen entwickeln, muss ich bestellen. Ja... Hier war ich anscheinend schon... Ah, ist das für eine riesen Mühle. Weil sieht das so nahe mein Zuhause aus. Bin mir jetzt nicht sicher, ob ich hier Sachen halte. Was steht denn da? Wie im Lackt war das letzte Kommentar. Da sind noch keine weiteren Kommentare gerade mehr da. Hier findet man noch ein bisschen Silber. So. Gut, es ist aber auch langsam ein bisschen spät. Es ist schon 7.57 Uhr. Sandmann kommt bald. Da sind die meisten schon im Bett. Und die, die nicht im Bett sind, sind dann halt natürlich schon so müde, dass da... ...keine Kommentare mehr entstehen können. Deswegen bin ich da nachsichtig mit sowas. Also... Das ist ja kein Problem. Ich war ja auch mal jung. Was? Ich guck gerade auch mal auf der Minimap. Ähm... Map-Shape-Square. K-Config. Large-Map ist X gegen ihn. Zählt das da drüben auch? Was zur Hölle ist das denn? Achso, gehe ich tiefer. Weil ich gerne... Lava an den Füßen hätte. Hey, klasse. Na, das war gehe ich tiefer, weil ich gerne... ...auf Diamanten-Ebene kommen würde. Das soll ja doch mal überbrücken können. Und dann... Was war denn das Ding gerade? Es sah aus... Also wenn mich nicht alles täuscht, dann würde ich sagen, das waren... ...Gänge. Und ich bin mir nicht sicher, ob die von mir waren. Für alle alteingesessene Minecraft-Freunde... Wir hatten natürlich auch gesagt, dass wir jetzt noch zu 100 Folgen länger in der Gegend hier bleiben. Weil ich gerade so viel Spaß gemacht hatte, wenn wir eine Menge ausprobiert hatten und dadurch ein bisschen Zeit verloren haben. Äh... So Cheaten... Cheaten-mäßig. Äh... So Mod-mäßig hat man eine Menge ausprobiert. Äh... Für manche ist es Cheaten, aber... Egal. Anders Thema. Ähm... Und darum wollte man noch 100 Folgen länger in der Gegend bleiben, damit wir die Zeit, die wir durch das Mod verloren hatten, wieder einholen. Im Endeffekt waren die Mods ja nur... Sind bloß in Zeit vertreibt sich da halt immer nur der Pokémon-Mod. Okay... Dass man sowas in der Tiefe auch noch findet, wusste ich nicht. Leider keine Diamanten. Darum zieht es mich weiter. Ich fühl's gerade noch schade, dass meine Axt kaputt geht. Und ich kein Holz mehr habe, um sie zu reparieren. Äh... Jetzt sehe ich schon, wo ich das Holz hatte. Äh... Ja, ja, ja. So, dann wollen wir mal weitermachen. Dann kommen wir schon in die Richtung der Gänge. Ich bin echt gespannt, ob das meine Gänge sind oder was das sein soll. Ich bin sogar näher dran als Starter. Wäre ja voll krass, wenn wir jetzt durch die Minion so ein Ding gefunden hätten. Das sind doch niemals meine Gänge, oder? Sind das meine Gänge? So abstraktes Scheißzeug grabe ich noch nicht, also... Bitte. Bitte. Werde ich mich nicht mit diesen unter einen Haufen. Zuh! Ja, klasse. So, es ist gerade wieder dunkel, ich mach wieder mich. Kein Ding. Ich wollte nur gerade irgendwie einen Weg durch die Lava durchfinden. Ach, alles klar, das sind Minenschächte. Da habe ich jetzt natürlich gar nichts reingedacht. Interessante Frage wäre jetzt natürlich, ob ich hier schon mal war oder ob das neue sind. Das sieht nach neun aus. Oh, stirb. Okay, Moment. Bevor ich da reingehe, in diese Mühle Schaft des Todes. Ähm. Meiner Helm ab. Diamanthelm auf. Welche Höhe bin ich? 17. Es gab auch Schächte, die die Verlagens, habe ich gesehen. Okay. Okay. Also nicht so viel Zeug hier. Ich kann mal, wenn ich einmal hier bin. Nehme ich ihn mal ganz kurz. Oh, das schaffte ich mir auch mal so weg. Nehme ich ihn mal ganz kurz. Eins, zwei, sechs Stück brauche ich. Zwei, drei, vier, fünf und sechs. So, klack. Dann machen wir uns ganz kurz mal ein paar Wirkis. Äh, Wirkis war, Herr Wirkis. Und da machen wir uns eine normale zweite Diamant-Axt. So, äh, Spitzhacke. Und schon kann das Leben fröhlich weitergehen. Nur jetzt mit ein bisschen mehr Spitzhacken. Und somit mehr Qualität für unsere. Äh, weg damit. Alles klar. Ist ja gar nichts mehr. Ne gut, dann halt nicht. Dann halt nicht. Hier ist auch nichts mehr gewesen. Hier ist auch nichts mehr gewesen. Wo geht's hier hin? Nach oben will ich eigentlich nicht, aber... Das ist jetzt uncool. Ich glaube, die verfolgen mich. Ich hab mich schon gewunderbar ans gedacht. Dann halt nicht. Was haben wir da? Ein Ender, eine Ender-Frau. Ich will nicht mehr sagen. Gibt mir nicht. Und dahinter gehe ich nicht. Da ist ein Spawner. Hab ich jetzt keinen Bock drauf. Hier ist mein letzter Streaming. Hier ist mein erster, letzter Aufnahmetag mal wieder. Hier verschont mich ein bisschen. So. Aua. Kritiker. Okay. Was ist das für ein riesen... Wenn du diesen Minenschacht, Alter. Das schadet. Okay. Hier. Hier. Hier war mir war es schon. Wir gehen noch ganz schön hoch. Wir sind in die Tiefe 21. Äh, Höhe 21 wieder. Die Tiefe hat das nichts mehr zu tun, würde ich sagen. Hier geht's auch weiter. Oh, hier geht's wieder runter. Das gefällt mir schon besser. So, guck mal, was wir hier unten so finden. Höhe 16. Höhe 15. Aber Endstation. Auch hier ist Endstation. Aber hier ging's ja auch noch weiter. Was haben wir denn hier so? Na los, zeig dich. Was ist denn? Bö? Oh, hier geht's auch noch mal runter. Kleinen Moment. Erstmal gucken wir hier dann. Okay, jetzt war nur ein langer Gang. Dann gehen wir mal auf der anderen Seite runter. Und dann kommen wir auch wieder an Diamantenebene. Huh. Ich dachte, wir haben wieder eine... Mööö, echt jetzt so. Freust du dich so? Ja, Diamantenebene. Und ja, der Gang hat aufgehört. Ich bin begeistert. Ich dachte, ich hab ein Silberfischding gefunden. Aber es war kein Silberfischding. Es war einfach nur Kies. Und Kies ist fast genauso schön wie Silberfische. Zumindest genauso nervig. So. Findet man da nicht noch irgendwas an Diamanten? Weil es sieht ein bisschen mau aus noch, ne? Ich weiß nicht, wie viele wir gefunden haben, aber so viele waren es nicht. Ne, ich geh mal jetzt runter noch. Oh, dann bist du gleich zwei. Da ist man auch noch mal sicher. Wir sind im River. Das heißt, wir finden ja auch keine Smaragde mehr. Wir müssen uns also komplett zurückgraben. Hier finden wir noch ein bisschen Eisen. Das ist nicht schlecht. Ich mach mal wieder ein bisschen Licht. Ach, das ist Gold. Ja, was Licht alles bewirken kann, ne? Macht das Eisen Gold. Also, wenn ihr in einem Raum seid mit viel Eisen, genau, macht das Licht an und es wird Gold. Und dann geht er zu Mami und Papi und sagt, ihr möchtet neues, äh, 9DS3 Light Super Flat X, D, noch was. Wie auch immer die Dinger heute heißen. Pfui, böse Lama. So. Ähm. Ich grab mich mal geschickt dran vorbei. Ja, so gräbt man sich heutezeit geschickt dann etwas vorbei. Das ist ja in der Schule, Kinder. igau. Das ist ja auch.